Jawoll, schießt die Zombies ab, schießt die Zombies ab. Hi. Oh, Angelina Jolie, wieso? Ach komm schon, Alter. Alter, jetzt reicht's aber. Ich will die ganze Zeit das Skeleton attackieren, die gehen nicht. Das wollte ich nicht, danke, tschüss. Oh Gott! Dammit. Nein, du tötest mich nicht, Alter. Trotz Eisenrüstung auf zweieinhalb Herzen. Jetzt seht ihr mal, wie geil meine Nacht ist. Nicht falsch verstehen, hoffentlich. Also, ja. Nicht falsch verstehen einfach, ja? So, da haben wir einen Bogen, leider. Oder Pfeile. So, Moment, das hier. Hey. Eins, zwei, drei Hits. Lol, auch vier Hits. Voll blöd. Hi. Kommt zu Papai. Ja, kommt hier. Kommt hier her. Dabei baue ich das Haus, ja. Zack, zack. Aber jetzt irgendwie sind die ganzen Dorfbewohner weg, oder wieso gehen die auf mich? Da ist kein Dorfbewohner mehr. Ich habe ein Haus abgebaut, deswegen sind sie weg, oder was? Ha! Die Dorfbewohner sind weg. Weil ich ein Haus von denen abgebaut habe. Voll traurig irgendwie, ne? Naja, egal. Ich bin Level 30, Leute. Das heißt, wenn ich ein Enchantment Table hätte, habe ich leider nicht, da ich keine Obsidian habe. Alter! Dass die von allen Seiten kommen müssen. Könnt ihr nicht einfach von einer Seite kommen? Da kommt noch einer. Da kommen zwei, alter. Tja, also wirklich. Das wäre ein bisschen zu leicht gewesen für dich, ne? Hi! Schon wieder einer. Finde ich gar nicht mal so übel hier, dass die ganzen Zombies neu spawnen. Das ist irgendwie ganz interessant gerade. So, jetzt laufe ich mal einfach weg, ohne zu attackieren. Denn wenn man attackiert, habe ich gerade bemerkt, verliert man schneller Essen. Und ich muss aber mal das Essen behalten, weil sonst regeneriere ich nicht mehr. Okay, das waren nur drei Hits, weil einer Critical wahrscheinlich war. Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder essen. Kann man ein Spinnenauge eigentlich essen? Ja, kann man wirklich. Lol. Schieß! Schieß! Oh Gott! Viel zu viele! Ja, komm. Tötet mich. Tötet mich! Ups, falsches Haus. Ups, uup. Rein da, würde ich sagen. Ich verstecke mich jedes Mal im Haus. Oh. Nein. Schießen die sich gerade gegenseitig ab? Hi! Oh, da war ein Dorfbewohner. Ernsthaft jetzt? Beinahe werden die reingekommen. Nein! Alter! Jetzt wartet doch, ich mach doch gleich die Tür auf. Leute, Leute. Weiß nicht. Wie bei einem... Wie bei einem 1-Euro-Laden. Wirklich. Jetzt stelle ich mir mal vor, äh, Nike oder Boomer oder Adidas oder so machen. Einmal so, so... Ein Wochenende lang. So, so für einen Tag oder so. 1 Euro. Auf alles. Bäm! Überläuft uns, Alter. Nein! Das könnte gefährlich werden. Das, äh, könnte gefährlich werden. Enough? Enough? Genug? Ja, genug. Level 32, Leute. 1. 2. Probieren wir mal ein Critical. Hopp! Hat funktioniert. Schaut euch das an hier. Hab ich die Spinne gesehen? Nee, ne? Komm her. Komm her, Spinne. Spinne! 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 Dankeschön. Zombie! Äh... Danke. Hi. Was ist denn los mit dir, hä? So, kackt ihr ihn, ihr müsst alle sterben. Hey, Creeper! Ding! 1, 2, 3, zack! 4, zack! Okay, Creeper! Nein! Äh... Oh Gott! LOL! Ich brenne? Was zur Hölle? Der hat mich geschlagen, während er dann... Äh... Äh... Das ist interessant, Leute. So, ich esse mal normal. Vielleicht verliere ich dann langsamer Essen. Hey, da ist einer. Hi, Schätzchen. So. Oh Gott! Weg da! Haha! Wieso hab ich das eigentlich nicht gemacht? Ich wollte das Haus doch sowieso abgebaut haben, oder? Hi! Tch! Was ist wirklich? Da sind ein paar Kakteen gewachsen. Und nein, wir bauen nicht das ganze Dorf ab. Ich baue nur das Haus hier ab noch. Denn ich baue mir dann wahrscheinlich so eine kleine... Äh... Wie nennt man das? Äh... Wow, 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 wow! What? What? What was das hier? Eine kleine, äh... Wüstenburg oder Wüstenschloss oder... Keine Ahnung. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So eine richtig große... Ja, ich glaube schon, dass es eine Burg wird. Also so ein Wüsten-Tempel-artiges Gedöns. Mal schauen, wie viel haben wir schon. Okay, wir haben schon ziemlich viel. Das alles noch einsammeln. In die Truhen legen. Schwuppdiwupp. So theoretisch könnten wir mal alle Kakteen anpflanzen, damit sie wachsen, oder? Das... Wäre doch mal keine schlechte Idee. Hier gleich. Eins, eins. Man kann sie leider nicht nebeneinander stellen. Und somit... Ups, das wollte ich nicht. Man könnte theoretisch so machen. Das schaut dann ein bisschen schöner aus. Denke ich. Man hätte es auch so machen können, aber... Ach, egal. Wir bauen dann einfach alle ab. Wieder, wenn sie gewachsen sind. Ich glaube zumindest, dass Kakteen wachsen, oder? Ja, ne? Danke. Natürlich, es waren nicht alle auf Höhe 3, als ich gespawnt bin. Mit Sicherheit nicht. So. Okay. Da und da. Geht sich das noch aus für die Reihe hier, die fertige? Nee. Nee, nee. Das geht sich glaube ich nicht mehr aus. Doch. Doch. Geht sich genau aus, Leute. Schaut euch das an. Habe ich ausgerechnet. Das war so vorhergesehen von mir. Ich wollte das unbedingt so haben. Ich werde dann da drüben gleich, dort wo die Kakteen stehen, anfangen meine Burg zu bauen. Die Kakteen sind sozusagen nur meine Verteidigung. Spitzhacke. Spitzhacke. Tag. Moment mal. Ha. Beinahe so stark wie ein Eisenschwert. Okay. Ähm. Und dann hier nochmal. Lege ich zurück. Und dann kann ich Obsidian da. Hey. Das machen wir jetzt gleich. Das ist wichtiger als das Haus. Wir machen uns gleich ein Enchantment-Table. Dann können wir gleich enchanten. Ich bin Level 32, Leute. Ähm. Das heißt. Ein Eisen fehlt uns noch. Ne. Das ist falsch. Das gehört weg. Weg. So. Falsche Truhe. Falsche Truhe. Das hier. So. Das kann ich weglegen. Aha. Nur noch eine Fackel drin. Wirklich. Gut. Dann machen wir uns doch noch ein paar. Dankeschön, dass ich so viel Kohle gefunden habe. Das gefällt mir sehr. So. Machen wir uns. Ein Stack sollte reichen. So weit gehen wir eh nicht in die Mine rein. Wir wollen ja auch wieder zurückfinden. Ist aber klar, ne? Fünf Karotten reichen? Nicht. Normale Potatoes. Leute. Wir haben schon alle unsere Kartoffeln aufgegessen. So. Na komm. Mach schneller. So. Damit ich das gleich. Moment. Hier nehme ich das. Weil das füllt genau zwei auf. Und dann habe ich. Ja gut. Das sollte aber jetzt reichen. 34 Cubblestone. Falls wir irgendwie uns zubauen müssen. Weil zu viele Monster in der Gegend sind. Aber jetzt haben wir ja eine Eisenrüstung. Das heißt. Jetzt fühle ich mich wieder sicherer. Und das heißt. Ich kann in die Mine gehen. Ohne dass ich Angst haben muss. Und das heißt. Ja. Wir haben Minen Action. So. Hier runter. Ohne uns zu verletzen. Natürlich. Weil wir haben ja das Wasser weggemacht. Deswegen. What the. Ja. Mhm. Ja. Träum weiter. Süßer. Wirklich. Sowas geht nicht. Sollte ich einen sicheren Weg machen. Nach unten. So. Okay. Da geht es weiter. Ich weiß. Auf der rechten Seite und so. Aber ich gehe mal kurz hier entlang. Wo die Slimes waren. Moment mal. Da habe ich was übersehen. Schaut euch das an. Das habe ich vorhin übersehen. Kein Eisen. Wirklich nicht. Vorhin habe ich gerade so viel Eisen gefunden. Kohle. Lava. Warte. Ups. Falsch. Da. Next. Danke. So. Wieder in Kohle vorkommen. Und Spinne. Kann das sein, dass da irgendwo ein Spinnenspawner ist? Oder? Ich weiß nicht. Weil meistens in solchen Minen finde ich immer nur Spinnenspawner. Wenn ich irgendwie solche Minen finde. Da ist noch mehr Kohle. Kohle vorkommen. Juchu. Also ich glaube Kohle haben wir. Ähm. Unamasse. So. Haben wir genug glaube ich. Eisen. Ist doch dasselbe Lied gerade, ne? Eigentlich. Ja. Hab zwar keine Ahnung was das Lied für ein... Äh. Was das für ein Lied ist. Aber hey. So. Das Redstone. Phallet. An Hast du. Bis zum nächsten Mal. Geil.